Musik Rugby ist auf jeden Fall ein Sport für jedermann, egal ob dick, groß, klein. Wir haben eigentlich auf jeden Positionen haben wir für jeden was dabei. Und deswegen ist unser Sport auch relativ vielseitig. Und ja, schon vorbei. Musik Wir haben Jugend. Bei uns ist momentan die Sache, dass wir eigentlich so gut wie gar keine Jugend haben. Wir haben immer wieder ein, zwei, drei Personen, die dann kommen, die auch mitspielen. Aber wirklich die freite Masse haben wir noch nicht. Wir sind halt dabei, das langsam aufzubauen. Aber es ist natürlich sehr schwierig, gerade wenn man nicht so einen Grundstamm an Kader hat, da erstmal genügend Jugendliche zu motivieren. Was natürlich unser Ziel ist, auch für die nächste Zeit. Aber das ist eher eine langfristige Geschichte, die noch ein wenig ausgearbeitet werden muss. Musik 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 Musik